ist die frage ich brauche mal ganz kurz der stamina ich würde ja sagen ich bin bei den brachios aber das ist danke dass du mir das gesagt hast ich wollte eigentlich den stream schon von einer halben stunde schließen ich bin ich bei mir gemacht das wollte ich eigentlich gar nicht und grad level alter ehrlich 93 noch drei level kann ich den giga sattel machen für unseren verschnitt projekt für das nächste freitag ja ja mach du mal wie den dodo zähm was hast du für den topo hast du mal gesehen ja der dodo ja ja warte kann ich dir gleich sagen guckt habe ich schon mal und du bist doch genau über mir ist es gerade ich kann nur kurz guckt wo du bist nein ich bin wieder zu pieseln kann ich euch gar nicht sagen weil da zu viele kleine das sind kein guter stück kein guter flog normal Wenn wir der Akuma nicht immer Zähmverbot ausgeteilt hätten, dann hätte die, glaube ich, die ganze Karte schon fertig gezähmt. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, werden wir das garantiert nicht tun. Warum? Wenn ich das richtig sehe, hat er 1.220.000. Torpor. Ja. Ja, nee, 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 ist klar, nee. Ah, nee, mal auf, wenn sich so gut bewegen. Danke. 1.221.000. Also, nein. Hallo, ihr Dodos. Oh, ich habe den Akkule auch mit angeschnitten. Jetzt mache ich mal ganz so, stopp, ich muss ja meinen Salat neu essen. Wann soll ich denn, wann soll ich denn, wann soll ich denn meinen Salat denn hier essen, ey? Keine Ahnung. In der Zeit hast du das nie. Morgenflut zum Frühstück. Neulich mit der Lasagne gemacht. Ohne sie aufzufärben. Wir geben der Akuma für den Dodo den blauen Knüppel und dann darf die mal. Das Trampel so lustig. Hm? Jetzt muss er so eine Hand gerade hat, oder so Zipir. Wir machen aber nicht so viel Schaden. Ich mache mal. Eine Runde. Hm? Ich muss Staminar rein generieren. Pass auf den Brachio auf. Irgendwie fliege ich so langsam. Ah, ich bin fast voll. Ich bin voll, ey. Womit denn? Okay. Stimmt mit Element. Er denkt dran, du hast auch noch Kristalle in den Taschen, ne? Mhm. Bisschen Fleisch kannst du auch wegschmeißen, dann bist du auch wieder leichter. Hab ich gerade. Ja, ich bin schwer, die Hälfte. Okay, ich komm wieder. Wo, wo, wo war es nochmal? Bei dem Helm Brachio. Ja, hier, rechts von dir. Rechts von, nein. Ja, 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 komm. Ach, sieh ich. Ja, rechts. Nebel, Regen. Ich komm wieder. Ich komm wieder, komm. Wir sind alle noch vor mir jetzt. Langsam alle ab. Jetzt sind alle weg. Ja, ich hab's bemerkt, aber auch keinen getroffen. Ja, ich hab's albergen. Vollwütend. Boah, ich sag mir hier ohne Ende. Ja. Punkte. Vielleicht sollte ich mal meinen anderen Griffen holen. Ich würde gerne meinen, äh, den Torvo mal raus, auspacken. Mein Torvo auspacken. Das heißt ich aus meinen grünen Toro. Das war doch der, für den wir aber den Sattel noch nicht haben, ne? Wieso der Torbo? Klar. Achso, das war ja der Grüne, ne? Wo sind die jetzt? Ich hab mich grad verflogen. Ja. Hä? Da. Da. Ne, wo? Hä? Hier, da, oder? Ne. Da. Die sind auch irgendwie alle weit auseinander jetzt. Wir müssen mal, glaub ich, Mama wieder anditschen. Bei Mama sind noch genug. Aber ich hör jetzt mal auf heute. Das ist jetzt schon zu viel. Zu viel Dodo-Geschnitzel. Ich will meine 96 noch haben. Ich will den Dino noch den Sattel aufsetzen. Den wir da noch haben mit Sattel, ohne Sattel. Ach stimmt, den Koranthus auch. Jetzt weiß der Geier, wie der heißt. Ich flieg mal wieder. Chacho, Chacho. Der hört sich nicht an, hört sich nicht an, als ob er auf Kekse laufen würde. Der hört sich an, als ob er Basketballverein überrollt hätte oder sowas. Wo sind die denn? Die kleinen Babys? Na, immer noch in der Schlucht. Oh, ne. Das sind doch die ganzen... Ja, aber kannst nichts anderes tun. Aber denk dran, der ist noch gar nicht gelevelt. Ich wollte gerade sagen, darf ich den leveln oder wie willst du den leveln? Ja, auf Schaden. Auf Schaden. Schaden, Leben, Stamina. Üblicher halt. Ich hab gerade nicht getroffen. Ich hab gleich ein level ab, dann fehlt bloß noch eins. Ich geh mal ganz los. Der hat aber kein guter Stamina, ne? Wie gesagt, der ist noch nicht gelevelt. Schaden. Ja, ich geh mal... Oh, 30 level kann ich dem geben. Ich geh mal vor, auf Schaden. Du solltest aber erst Stamina nehmen. Nimm erstmal Stamina, damit du länger durchhältst. Also, meiner hat... meiner hat 1100 Stamina. Okay, der hat 1200 schon. Ja, müsste reichen. Ja. Gibt mir ein bisschen Leben noch dazu, weil er damit ein bisschen auch mal was einstecken kann, ja? Also der hat 10.000? Ja, ich würde den auch 10.000 geben. Also ich hab jetzt noch... Ich bin gerade auf 7.000 hier. Ja. Wir kriegen ja noch ein bisschen mehr Leben mit dem dazu. Also easy. Ich hab jetzt zwar jetzt alles vergeben. 204 ist der jetzt. Gut, deswegen wollte ich den auch nehmen, weil der... Mhm. Der levelt nämlich im Gegensatz zu meinem. Ach, deiner wird schon recht ausgelevelt haben, wa? Ich weiß nicht, der kommt nicht mehr weiter. Ich hab grad eben so viele Level dazubekommen, wie du kamen nichts mehr. Ja, dann wirst du ziemlich ausgelevelt haben. Weißt du grad zufällig, wer das levelt hat? Welcher? Laugh-Mützer? 174. Ja, du bist ausgelevelt. Der war 174 oder so. So ziemlich müsste der ausgelevelt sein. Boah, ich hab alles gekillt, ja? Hast du das gut gesehen? Da kamen auch wieder grad neue. Oh, Banane. Ich bin langsam voll. Boah, ich hab grad so viel gekillt. Der trägt mal ja wieder. Wie viel Level hat denn der bekommen? Vier. Ich geh nicht mal ein bisschen neben. Weiter, erstmal ganz kurz ein bisschen Leben noch und... Ah, ein bisschen Fleisch weggeschmissen hier. So. Leben ist jetzt auf 10.000, das reicht jetzt erstmal. Expekt. Ich komme. Oh, haben noch zwei gekillt. 160 sind die. Was ist los? Hast du alle gekillt? So ziemlich. Oh nein. Brontos, ey. Haben mich aufgeditscht. Nein, nein. Wenn du einmal landen drückst, ne? Versehnlich. Das hört sich auch immer so ausgedrückt an die Arme, ne? Bisschen Respekt vor dem Ankyl, oder? Ja, aber er hat bisher noch nicht einmal zugeschlagen. Und wenn er, glaube ich, trifft, währenddessen wir den Sturzflug machen. Bist du tot? Oh, ich bin gerade im Chat am Lesen. Egal. Chat lesen und Sturzflug machen ist nicht so schlau. Decks. Die Hälfte habe ich wieder zusammen vom Level. Mega Neuras dazwischen immer, ey. Die Ruffy, ey. Kommt dir nicht schweiß Decks an, hier. Ich glaube es nicht, ey. Die sind so frech, die zwei. Ihr seid alle, ist es hier die Viber-Bande im Chat. Stamina mehr. Pass auf deine Stamina auf, ne? Ich habe gerade noch getan. Weiß ja nicht, wie viel du hast. Geh weg. Aber schön, dass wir die jetzt ein bisschen von der Brache aus wecken. Ich lande mal außer Seen. Ich falle, ich knalle immer voll auf den Boden, laufe dann noch. Du ziehst zu spät hoch. Ja, ja. Aber es leckt bei mir manchmal, wenn ich nie mal in dem... ...in dem Sturzflug mache. Er hat mich gerade gebissen. Wer, der Große? Hm. Ihr, ihr, ihr seid frech. Ihr seid alle frech. Die Weiber sind immer frech. Äh, kannst du das doch nicht sehen. Aber sag nicht sonst hin. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ich habe gleich das Level up. Cool. Dieser Bronto nervt total. Wie ist der? Der Bronto stört. Können den Bronto ja erstmal schnell... Gnome, gib mir recht. Gnome, gib mir recht. Die Männer halten zusammen. Das, 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 das ewige... Der ewige Krieg. Wer hat noch 15.000 Leben? Wer, wer? Der Bronto. Der Brachio. Brachio. Whatever. Whatever. Ich habe heiße Katastrophe in dem Mund. Danke, mach mal schön weiter da hinten. Ich, ich, ich level dann da dann mal so, ne? Weißer, Fuchs-Tamina. Ja, ja, ihr seid ganz, 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 ganz lieb. Das Herzen kannst du stecken lassen. Pack die Rute aus. Nicht die Rute, die Rute. Naja, du weißt schon. Ich habe, ich habe Galimimus noch mitgeschnetzelt. Der Arme. Jetzt kommen hier die, diese, die Mädchen-Smiles, ne? Jetzt kommen die Mädchen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin auf dem Boot gelaufen. Das kenne ich. Und dann die nächsten Dolos. Ehrlich? Ja. Brauch mal diese Brün... Diese blöden Brachios, Brontos und alles, alles, was da rum, rum, hellsit. Hast du ein Level erreicht? Passt. Ein kleines Schnipser fehlt noch. Sturzflug? Ich habe alles weggeschnetzelt, plus den Bronto hinterher noch. Super. Dafür habe ich jetzt nichts gekriegt. Ja. Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ein Level machen. Ist der auf neutral gestellt hier? Keine Ahnung. Ich würde mal gerne absteigen, aber das ist das Problem. Kannst du mal pfeifen? Mach mal. Okay, ich muss mal... Kommt da einer was zu uns? Ja. Kommt, der kommt zu uns. Ist er wütend? Vorsicht, der hinter uns. Der ist wütend. Ist voll wütend. Und ich weiß ja... Ich weiß ja nicht, warum so das ist, ne? Ach, wer weiß das schon? Salz, Salz, Salz. Guck sie doch mal an. Da, da. Oh, da die nächsten Dolos. Ups, wollte ich nicht landen. Ich muss jetzt langsam mal ein Foto machen. Oh, ich habe jetzt versehen, ich habe den Boss angegriffen. Ich glaube, der ist nicht so nachträumt. Ja, ich habe Level ab. Level ab. Level ab, level ab, level ab, level ab, level ab. Voll die Ododo-Armee. Die meisten wissen, was ich gerade tue. Salz, Salz. Fotos. Fotos braucht die Welt. Ah, so gehört sich das. Der ist voll wütend. Der kommt echt very much nah. Oh, oh. Der will wirklich was von mir. Der ist voll schnell, ey. Was denn der für Schritte? Okay, wir können ja eigentlich mal... Ich kann jetzt eigentlich nach Hause. Du bist so, wat? Was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Keine Ahnung. Ist so... Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Ist mir zwei. Ja, von da oben könnte man wirklich versuchen, den zu betäuben. Das ist eine gute Idee. Das habe ich mich auch gerade eben gedacht. Ich würde sogar beim... Links und rechts bei dem... Bei der Schlucht den Eingang zumachen. Das wäre eine Idee, ja. Und dann einfach da reinballern, was das so Zeug hat. Wenn der Stone dann mal dabei wäre und so. Also nie. Nie... Nicht mehr. So. Toffiwee ist ein bisschen angeschnetzelt, aber sonst ist dem alles gut. Er hat... Level 213 und hat noch zwei Level zu vergeben. Die kannst du selber geben. Ich komme jetzt erstmal nach Hause für den Gigasattel. Ja, ja, ja. Ich will hier mal laufen. Komm, 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 komm. Ey, wir haben schon zwei Uhr... Ne, 1.25 Uhr. Mann, ey. Wir wollten... Ich wollte um 0.35 Uhr den Stream eben stoppen. Und dann haben mich die Weiber überredet. Allen voran... Von nah betrachtet eine gewisse Ähnlichkeit mit Akuma ist vorhanden. Hallo? Mit was denn bitte? Wo geht's denn? Ja, klar. Du hast voll die... Du hast totale... Das ist... Akuma ist übrigens... Deswegen haben die auch Akuma nicht angegriffen, weil Akuma die gespawnt hat. Was? Die Dodo sahen ziemlich nach dir aus, fand ich. Fand ich bauen mir fit metal. Äh, hier... Ne, wieso ist er noch genug drin? Nein, das recht nicht. Ich denke, ich habe vorhin Waffen hergestellt. Altersschwede. Munition. Ach, ich... Ähm... Tu mal Dingens ganz kurz, äh... Dingens und so. Mal ganz kurz die ganzen... Ähm... Wie heißt denn das Zeug? Nochmal... Äh... Ja... Dööööö... Jo. Mal... Mal raus. Kann ich überhaupt noch laufen dann? Ich muss echt aufpassen, ne? Ich... Ich tu es mal so ausladen. Ich flieg auch überall. Hast du schon gebaut? Ja. Oh, scheiße. Warte, ich komme. Ich komme. Ich muss noch ganz kurz... Ich komme. Man, ist so ein Krach da hinten. Äh... Ach, guck mal. Hey, in einem normalen Game, da würdest du 10.000 Millionen, Billionen, Zillionen, Jahre farmen für... Ich bin rausgesprungen. Halt die Klappe, Telefon. Warum? Das war grad ein Mega-Leck. Ich hab noch nie so ein Leck gehabt. Was ist das denn? Bist du wieder drin, oder was? Schon wieder ein Leck. Aber Mega-Leck. Kommt auf die ganzen Elemente, ich glaub. Was, nee, machst du das gerade? Machst du grad irgendwas? Was? Ich mach gar nichts. Geh hier nur. Warte, warte. Let's-a go. Ist das nicht ein Gigaschrei? Ja, würd ich sagen. Aber was komisch bei dem ist, hat er Fressen drin? Ja, hä? Irgendwas? Ja, nicht. X-B, nicht. Toll. Kannst du mit aufsitzen? Nee, ne? Das weiß ich nicht, warte, ich muss aber was essen. Sieht nur so aus. Weil es sieht so aus, als wenn da noch ein Sitz hinten ist, aber es sieht wahrscheinlich nur so aus. Ach, da unten. Für Banu? Banu, guck dir das mal an, da oben ist einer von den neuen Petris. Leider. Biss ich jetzt runter. Little bit weit weg. Ups, furchtig ist er. Oh, da ist ein Mond. Der Mond. Der hat mal ein Foto von. Oh, der ist 112. Wollen wir den betreiben? Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Der Handy klingelt wieder. Oh, was? X, ich küm. Was kümst du? Küm. Räubung. Nein, ehrlich? Jo. Kennst mich doch. Eigentlich hasse ich die Akku mal. Opa, opa, Dex. Aua. Hey, nicht abhauen. Hallo? Toll, scheiße. Da ist er. Komm mal runter. Aua, der hat mich gepackt. Der kann mich packen, guck mal. Dex. Der ist geil. Nein, der schmeiß mich runter. Sieben, sieben, sieben. Ja, zu spät. Gut, dass du das noch wusstest, wo ich dieses Scheiß hier habe. Ich wusste das nicht. Der packt doch unsere Dinos. Fuck, shit. Nein. Fuck, shit, Schenaia. Ich komm hier nicht hoch. Au. Kannst du mich kurz am Rande abholen, komm? Ja. Ist er immer noch dabei? Ja, ja, ja. Ups, ich bin wieder unten. Ja, gut. Äh, dann jetzt. Warte, warte, warte. Ich muss unseren Dillo retten. Geile Aktion. Ich treffe den nicht. Ist so schnell. Naja, Axel, ihr habt euch abgesprochen. Ihr zwei, drei. Wie viele Leben habe ich eigentlich noch? Muss ich jetzt mal gucken, Jena? Halbes Leben, okay. Ich hänge hier nur so rum. Ja, ich hole dich ab, warte. Nein, der holt mich ab. Steig auf. Warte, jetzt. Komm nicht dahin. Mir leid, der schubst mich. Ich habe dich getroffen. Ich weiß. Ich versuche, hier zu drücken. Jetzt aber. Okay. Lass mich mal genau runter, schnell. Schnell, 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 schnell. Ich habe Schlafmütze. Wir holen den uns hier. Jetzt kaufen wir uns den. Oh, shit, ey. Das wollte ich doch nicht so lange. Mann, ey. Guck mal, das ist echt... Wo ist der? Der hat den Dillo in der Hand. Nee, ehrlich? Ja. Sie ist nicht. Oben. Das ist doch so geil. Der greift dein Dino an. Wo bist du denn? Ich bin drin. Ich baue gerade eine Bohle und hoffe, das hilft. Okay, weil der greift dann deinen... Ey. Ja, getroffen. Ja, ist runtergefallen. Perfekt. Großer. Runtergefallen. Du Sausack. Ich habe bestimmt wieder auf. So lange hält eine Bohle nicht. Ja, geht weiter. Hat mich wieder. Ja. Ich habe jetzt extra auf Warte. Schweinehunte. Kann ich, kann ich. Du bist zu mir kommen. Er kommt. Ah. Okay, ich habe dich mit dem Falsche. Vorsicht. Der hat mich wieder. Das gibt es gar nicht. Ach man, Dex. Was soll ich machen? Ich war schon auf meinem Ding drauf hier. Auf dem Petri-Dings. Shit. Hast du einen? Jetzt kommt, jetzt kommt die Landewahn. Das ist immer schnell weg hier. Wo ist das Meer? Hast du keine mehr? Warte, ich brauche gerade neue. Er will nur dich. Ich habe keine, äh, ja. Keine Fallschirmer. Das wird wehtun. Der ist geil, der ist so cool, ey. Wo ist der? Er hat mich, ne, ich wollte gerade sagen, der greift mich an, meine ich. Hast du noch eine Bohle? Ja, aber, ja, fliegt scheiße. Der ist wohl schnell, ey. Ah. Da hat man keine Bohle mehr bauen, mir fehlen Steiner. Warte. Ich will den jetzt haben. Der ist nämlich auch ein schönes hohes Level. Ein bisschen schön auch. Komm zu mir. Kommt sie hier runter? Lass mich doch mal ein paar Steine abbauen, hier. Ja, komm zu mir. Ich sehe nicht mehr, wo er ist. Wieder dir. Wieder da oben an dem Felsvorsprung. Geil. Was für ein Chaos, ey. Ich glaube, eine gute Nacht. Muss auch da. Muss warten, ganz kurz. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Kannst du mal ganz kurz nachgucken, wie viel Tor war? Ja. Wie viel Leben hat er nicht mehr? Oh, er schläft gleich. Ein paar Schüsse noch. Nuller Dex, schieß. Nuller, nachladen. Und so. Yes. Und das Beste ist, ich habe auch noch Linksfleisch. Darf ich was sagen? Ja, sag. I hate you. Ja, du hast mich gerade. Ja, ich weiß, es ist mir auch ein bisschen leid. Aber komm, Weibchen 112. Ein Weibchen, dann kriege ich den, weil ich auf Mädels reite und nicht du. Du kannst aber auch. Das ist also gar kein Problem. Ich gucke dann zu. Kannst du den Tapajara-Sattel? Oder wer hat den gelernt? Ich kann alles. Ich habe ihn gelernt. Okay. Also entweder Tapajara oder Pitaranodon. Ich habe beide gelernt. Ich denke mal, das wird ganz normal ein Petri sein, weil der hat nämlich auch einen Körper von Petri. Wir können aber einfach einen abziehen. Wir können doch einfach da oben von den Jungs und Mädels die Dinger abziehen, die Sattel. Willst du oder soll ich gehen? Achtung, hinter uns. Der will was für uns? Okay, doch nicht. Wer? Ah, der Adler ist gerade in Richtung Ost geflogen. Aua Katze, hör doch mal auf. Hast du was reingeworfen? Ja. Guck mal, da schwimmen die auch im Wasser. Ah, du hast den Raumwarten jetzt. Krasse Schick. Oh, den Titania, der geht gleich unter. Hat irgendwie den Kopf in den Felsen. Tapajara, warum weiß denn das, Ruffy? Woher wissen die das alles? Würde aber auch sagen Tapajara, weil er so klingt wie ein Tapajara. Und der so ein bisschen auch aussieht. Warum regnet es immer? Wollen wir den Regen nicht irgendwie ausstellen? Hast du einen Knall? Was denn? Ja, einfach mal los. Oh, ich hab' ich noch nachladen. Ich werd' den trotzdem noch killen. Hm, jetzt ist mal die Trophäen-Dingsling. Trophy? Nein, äh, wie heißen denn die Dinger? Am Modell sieht der doch nicht aus wie Petri, äh, wie ein Tapajara. Doch, find ich schon, find ich schon. Findest du? Ja, und am Sound find ich auch. Deswegen denk' ich nämlich auch Tapajara. Ah. Ihr lügt doch alle. Ah ja. Vor allen Dingen, spontaner Stream, kurzer Stream, hab' ich der Akku mal noch gesagt. Wir machen mal ganz kurz nur. Ey, wir haben jetzt gleich zwei Uhr. Ach ja. Deswegen spiel' ich lieber mit dem Stone. Ach man, das... Nein. Das ist echt... Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Geht das jetzt eigentlich wieder? Nein, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das geht glaub' ich nur, oder? Geht das? Bist du's nicht? Ja, geht. Das geht. Ich hab' aber jetzt auf Fortitude ganz hoch. Jetzt fall' ich nicht mehr sofort aus dem Latschen. Wie hoch hast du's denn? Dein erster Schuss muss übrigens nicht getroffen haben. 22. Oh, das ist ein bisschen malz. Ich hab' 20 noch. Der Pfeil sieht echt geil aus. Du hast zwei in der Brust. Du hast einen voll in der Brust. Und du wieder hingezielt hast. Guck mal, ich hab' voll in die Möpse geschossen. Bei dir ist der eine nur in der Brust, der andere ist im Arm. Ja, der andere ist irgendwie im Kopf oder sowas. Aber man sieht kein Plastik hier. Alles in Ordnung. Hm. Ja, warum ist... Ach so. Er hat einmal gegessen und 16% bekommen. Autsch. Ich hasse dich. Warum? Weißt du, das dauert noch, wenn der beim Raummatten so lange braucht. Das ist ein Petri, die brauchen noch immer länger. Hatte er auch meinen Fuß abzuschlecken. Bei einem heißt das, äh... Ja, kein Kater, der andere heißt Katze. Ihr habt echt komische Geräte bei euch zu Hause. Ach so, ehrlich? Genau, das habe ich nämlich auch gesehen schon. Deswegen. Kommt ein Bild von... Ah. Ja, das ist das Tapetenbild. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich finde das aber so lustig. Da ist mit der Arne dann, weißt du, aber es ist alles tapetenmäßig. Ja, das ist eigentlich nicht unbedingt so viel Arbeit gewesen, die Modelle zu machen. Die Modelle sind ja schon da. Aber ich finde das trotzdem ganz gut, dass er überhaupt was gemacht hat und dass die auch toll aussehen, finde ich super. Die Modelle, aber es ist gut, dass das Modell funktioniert, weil bei den anderen Mods, die wir immer drauf hatten, die war das ja alles scheiße. Und das fand ich ein bisschen doof, weil bei den Mods, die wir vorhatten, ging das immer irgendwie so... Äh, wir müssen mal was gucken. Was willst du? So sieben bis acht Mal muss er essen. Warten reichen. Ah, stimmt. Der Chilosaurus, den haben wir... Der hat wirklich ein Juju-Bild. Ah, so können wir auch feststellen, welche anderen. Aha, der Kaka-Kala-Ranto-Losaurus, wie heißt der Kaka... Hör auf zu klingeln hier! Und was denn das bei dir jetzt so dunkel ist? Giga. Spino, Spino. Und Tovo. Äh, Tovo war... Ne, Tovo war... Achso, nee, warte mal, ist ja falsch. Mega, ne? Mega-Losaurus, oder? Oder war der... Mega-Losaurus, glaube ich. Ja, mega, glaube ich. Aber das sieht nicht aus wie... Achso, falscher Dino. Das gibt's noch nicht? Ja, ist der Megalo. Ach, guck, da guck ich... Ah! Dann gucken wir uns mal den... Den Dilo an, weil wir den Sattel nicht wissen. Ja, genau, mach mal. Bin dabei. Weil ich will jetzt hier nicht unbedingt weg. Ich finde den so schön, den Dilo hier. Und der hat ein Bild von... Dilo. Dilo. War so klar. Wir haben noch einen Dilo-Sattel. Ja, den kannst du aber ohne Sattel reiten. Ja. Und der andere hat gar keinen Sattel-Slot. Katze, jetzt hör auf damit. Der ist so geil, ey. Ja, bist du drauf. Wie viele Leben hatten der überhaupt? Der wurde ja nur drei, vier, fünf Mal gepackt. 1.600. Voll Pulle. Noch drauf. Oh ja, dann. Regen hat aufgehört. Alles easy, mickie-peasy. Oh, Mann, ey. Angefangen hat's... Wir wollen einen L-Raptor ziehen. Willkommen bei Ark. Hab ich eigentlich noch... So gerne so einen Raptor gehabt, ne? Hatst du einen Sattel jetzt schon gecraftet? Ne. Hab ich einen Sattel nicht geholt, ne? Ich hab einen Sattel nicht geholt, ne? Hast du? Ne, hab ich nicht geholt. Okay, geh ich kurz. Willst du eine Tapete holen oder machst du einen? Ne, ich geh mir den ganzes klauen. Ich glaub, ich kann den noch gar nicht. Oder hab's nicht erlernt. Und ich hab's auch keinen Bock dafür, jetzt ein Metall zu nutzen. Kommt man da auf den scheiß Tapicado wieder hoch? Ja, komm mal runter, bitte, Mensch. Du bitte, Mensch. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Was hab ich denn jetzt gepfiffen, ne? Jetzt hat er irgendwie irgendwelchen Gruppen-Dings gepfiffen hier. Ach, ne, nicht schon wieder. Wie geht das nochmal? Mit U? Ne, geht nicht. Oder was für Gruppen denkst du? Ach so, dann sind das die ohne. Dann sind das die ohne, äh, wo ich das ausgestellt habe. Wo kann man das nochmal machen? Äh, E festhalten. Dann Option. Option? Glaub, Option, ja. Ach, komm einfach rüber. Äh, nein. Ich mag die Tapete total gerne. Hey, hey, du. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Und hier drin. Guck, der verfolgt mich noch. Und der, wie kann ich, ich kann nicht entpfeifen. Ja, lass, ich mach. Was, was stellst du denn ein? So, ich muss das jetzt selber finden. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaub, ich bin nicht zu nah dran. So, jetzt. Selber schnell finden. Ah, hier. Festhalten. Das da? Mhm. Dann beheufer. Mhm. Dann change to heat group a little. Ah, okay. So, jetzt geht das nämlich wieder. Ähm. Die heißt Jurassic Park Expansion. Einfach mal eingeben, Jurassic Park. So alt wie meine Mutti. Das ist nicht alt. Schreibt AXO. Ich muss jetzt, äh, komm, ich fress mal die Scheiße schneller. Ich will doch jetzt cutten. Ey, vier Stunden stream. Tut mir leid. Das gibt's ja gar nicht. Die sind die ganzen Dolo schuld. So. Mal gepostet. Expansion. Erstmal schneller. Oh. Naja. Wie viele deutsche ARC Streams gibt's denn jetzt eigentlich überhaupt noch im Moment? Ein Plan. Ich weiß nicht mehr, wie es da anders noch mal guckt. Ähm. Einfach ARC eingeben bei... bei Dings. ARC! Wenn das mal funktionieren würde. ARC-Moment nicht so viele. Wenigstens hast du nette Gesellschaft, X. Die musst du mir mal vorstellen. AXO kennt vier, die auf ARC Stream und auf Deutsch sind. Ich hab das irgendwie grad nicht richtig einstellen können. Ich geh mal ganz kurz englisch raus. Ah, guck mal. Da bin ich ja. Hm. Wer hätte das jetzt gedacht? Nicht erwartet. Nicht erwartet. M-Mukayo. Kenn ich nicht. Ist das auf Deutsch? Oder steht auf... Ja müsste, wenn ich auf Deutsch eingestellt habe. Chrisly Beer. Aber die meisten machen Extreme Modded. Snickers. Oh, ich hab ein bisschen Hunger wieder. Gratis-Game. Nee, das mag ich nicht. Da hat mich doch jemand... Ich sag jetzt nicht... Nicht viel Information gebe ich jetzt nicht durch, aber ich wurde eben wieder angeschrieben, ob ich denn... dies und das promoten könnte. Und dafür würde ich dann gratis... free giveaway Keys bekommen, die ich dann in den Spielen oder in den Streams raushauen kann. Und dann hab ich gesagt, danke hier so, ne. Aber ich bin da nicht... Ich mag das nicht hier, Leute. Ich... Giveaway Keys raushauen. Kommt hier in meinen Stream. Da gibt's Giveaway Keys. Dann kannst du das absahnen und kannst du wieder gehen. Nee, nee. Das ist doof. Das ist nix für mich. Ich mach mal ganzes Licht. Ich weiß, sonst ist es ein bisschen fucking dunkel. Ich mag das nicht mit diesem ganzen Giveaway Keys Zeugs. Nee, wir hatten... Wir hatten auf dem Season 3... Ähm, Balou, wir hatten auf dem Season 3... Wir sind jetzt... Das ist Staffel 6. Also Staffel 3 hatten wir ganz viele Mods. Also Staffel 1 gar keine. Staffel 2... Da hatte ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Das war ja nicht mein Server. Hatten wir ein paar Mods drauf. Staffel 3 hatten wir viele Mods drauf. Das waren aber nur Baumods. Staffel 4, das war dann das Community-Projekt wieder. Also Staffel 2 war ein Community-Projekt. Und Staffel 4 war ein Community-Projekt. War das 4? Nee, 4 ist... Nee, 5. 4 ist Scorch Earth gewesen. Genau. Scorch Earth hatten wir keine Mods drauf. Nur eine Stack-Mod. Und Staffel 5, Community-Projekt, hatten wir sehr viele drauf. Einfach mehr. Ja, 18 oder so 20. Na, kommt hin. Und dann sind wir jetzt in Staffel 6. Und da sind... Was haben wir hier drauf? Stack. Die Map selber. Die Map. Ja, Map zählen wir jetzt nicht dazu. Das ist jetzt die Map. Achso, dann sind wir bloß 3. 3 Stack. Die Dinomod. Und was war noch? Und das Omnicolar. Also das ist ein ganz, ganz kleine Mods. Ich habe übrigens wieder mit Bob Ross angefangen. War schon lange nicht mehr. Was meinst du mit Subscription? Meinst du, Akzo? Hab das nicht so ganz verstanden? Hab ich jetzt auch nicht mitgekriegt. Raffi, weil Dexter ein Twitch-Partner ist. Wir sind Tina Bumbina. Hallo? Hab ich jetzt was verstanden? Achso. Kam damit zu. Gännt mich auch nicht. Da gebe ich dir recht, Dex. Oh, weil Akzo, helfen wir mal auf die Sprünge. Ich habe jetzt gerade den ganzen Text bei dir nicht verstanden. Da gebe ich dir recht zu was. Subscription habe ich dir jetzt auch nicht. Helft mir dem armen Dex. Im alten, nicht alten. Oh, er ist. Was war das denn gerade? Er hat gepupst? Keine Ahnung. Sagt komisch aus. Ähm. Schnall den Satel auf. Schnall den Satel auf. Bewegt sich auf jeden Fall wie ein Tapujaura. Ja, ist ein Tapujaura. Das Geile ist, aber der kann wie ein Piet eine Barrel Roll machen. Was ist denn da eigentlich auf der Nase? Das sieht eigenartig aus. Na gut. Lande mal. Aber rückwärts fliegen kann er nicht. Was macht das denn jetzt? Wo bist du denn? Da. Ach, das ist der Sattel. Ach, das ist der Sattel. Passt nicht zu ihm. Und deswegen hat er den letzten... Das ist der... Ähm. Das ist der Sattel ja von der Tapete. Und der von der Tapete hat der Sattel ja, glaube ich, auf seinem Horn da oben. Auf seinem Wedel-Dings. Aber der kann... Ups. Der kann die Barrel auch nach unten machen. Rassistisch vom Twitch. Ne, ich... Also ich habe nicht angefragt bei Twitch wegen Partnerschaft. Kannst du eigentlich mit aufsteigen? Groß. Also wie Tapetensattel. Ja. Ist ja der gleiche Sattel, also gibt es einen Platz dafür. Ja, man weiß ja nie. Ich will mal fliegen. Ich will mal fliegen, will mal fliegen. Bitte sehr. Oh, oh. Rutscht er runter? Ne, der ist doch hier oben. Jetzt guck mal bei mir im Stream jetzt. Guck jetzt mal. Der rutscht komplett runter. Das ist aber cool, gefällt mir. So. Das ist aber cool. Gefällt mir. Nur ist der Sattel, der Sattel, die Nase. Das gehört eben einfach zu dem Tapetensattel, das passt also nicht so ganz. Wird mal einen neuen Tapetensattel machen, damit wir den anderen parken können. Achso, ich habe noch, ach, Fragen kostet jetzt nicht viel, wie man das ja so auch weiß. Ich habe noch nicht nachgefragt, weil ich die, sagen wir mal in Anführungszeichen, die Geschäftsbedingungen von Twitch jetzt nicht so toll finde. Man muss dreimal in der Woche streamen und sowas. Also heißt das nicht, dass das bei mir jetzt auch gilt. Aber. Und was noch? Ein paar Sachen noch. Und deswegen habe ich jetzt noch nicht angefragt. Manchmal kommt ja Twitch auch auf euch zu oder wieder auch auf mich zukommen und dann mir das anbieten. Aber dann denke ich mir, ist mein Kanal bei YouTube noch zu klein. Also noch nicht, bei den Aufrufzahlen ist ja jetzt, wir kommen ja maximal mal, beim guten Stream vielleicht maximal mal auf 70 oder sowas. Lassen wir es aber dann schon wieder hoch. So, ich mache mal Schluss. Kommst du nochmal ganz kurz? Bin schon on the way. Okay. Wir gehen mal wieder auf die gleiche Position, wie wir gestartet haben. Aber dann nehme ich auch das gleiche Tier, was ich vorhin auf der Schulter... Ne. Dreimal die Woche streamen, das kann ich jetzt im Moment machen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen mehr Zeit. Aber... Oh, die Waffe in der Hand, dass ich beruf auch ist. Ja, das ist schön. Ciao, Balou. Ja, wie gesagt, Leute, also geht noch. Ist noch okay so. Wird schon irgendwie gehen. Dann sage ich erst mal, tschüss für den Stream. Für euch alle, dass ihr dabei gewesen seid. Fand ich noch, dass noch alle so beim spontanen Streamen immer dabei sind. Und jetzt auch noch um 2 Uhr fast pünktlich. Und dann sage ich erst mal, tschüss, bis zum nächsten Mal und tschau. Bis dann. Wer macht das? Spooky, spooky, spooky. Spooky, spooky. Wacht, 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 wacht. Achso, komm, ich mache das auch mal. Das. Wo ist Turkey? Wo ist Turkey? Wo ist Turkey? Dann kannst du eh loslassen. Turkey, Turkey. Tschüss. Danke. Ich chatte noch mal ein bisschen mit euch im Chat, wenn ihr dann noch da bleibt. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020